herzinfarkt so hammergeil ist das so wenn wir gleich mal ein paar selbstdinger mitnehmen können wir nämlich diese Häuser auch noch anpflanzen das wäre doch echt perfekt und das ist ja echt eine der glorreichsten Aufnahmen in der Geschichte ja da ist er einer reichte auch schon so dann werden auch fertig in dieser Stelle Gravel oh Leute das ist doch hier echt der Brüller besser kann es doch nicht mehr kommen das gibt es gar nicht nein das ist gar nicht wahr ich träume gerade da ja wir müssen doch gleich wieder zurückfinden also das kleine Zusatzinformationen eine Lieder kommt euch sicherlich schon bekannt vor die Lieder werden aber weiterhin erweitert werden zumal ich ein Shuttle die zwei Stunden Playlist die ist noch äh naja sehr eintünig so oh man meine Fresse das ist doch hier echt hammer oh so viele Hühner oh was ist das denn als nächstes ich würde mir gerne echt mal hier kurz ein bisschen drauf angucken das eine Haus ist ja wirklich so nee ne komm lass ich jetzt mal da ich muss ja nicht direkt alles mitnehmen was ist das jetzt gerade alles nee das ist Sand ich dachte schon das wäre äh das wäre nee ne äh ist das nicht hammergeil Leute das ist mein Abstand das geilste NPC-Dorf ey ne ne das ist doch echt das geilste NPC-Dorf wie die Struktur allein da aussieht das ist unglaublich zu den Höhlen ne 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 ich geh jetzt das ist mir jetzt nur mal zu hoch oh man das war echt einer der glorreichsten Momente in der Geschichte die setzt Place so viel Glück auf oh jetzt geht auch noch dieser wunderschöne Sonnenaufgang hoch äh auf auf ja oh Leute muss ich mir echt im roten Kalender anstreichen so gar nicht so viele Stacks wir jetzt davon haben ach nee jetzt haben wir mhm komm der Ofen der muss ich jetzt mal dran glauben kann ich jetzt auch nichts für den lassen wir jetzt zurück oh kann man eigentlich ne die kann man nicht tamen ne ne das sowieso nicht zumal man kann jetzt auch nicht weil ich gar nicht ob ich mit Weizen füttern kann so die haben ja fast schon Sichtkontakt zueinander wir gar nicht wissen wie es auf der Seite weitergeht sicherlich noch brillanter ja ich weiß ich werde jetzt erstmal meine Mellon fressen so äh der macht jetzt klar von fress deine Mellon haha oh nee oh das ist echt so herrlich ich will gar nicht wissen wie das auswendig dann gleich noch ein bisschen weiter gehen in diese Richtung das ist wirklich eine meiner geilsten Welten die eine meiner geilsten geilsten Welten die ich überhaupt ja habe so aber jetzt muss ich langsam mal zurück gehen weil nur noch diese Folge und die nächste Folge dann äh habe ich nämlich noch was vor heute naja zurzeit Karnevalist ich bin jetzt aber nicht so der Karnevalspezi ähm und bin ja auch nicht so ein Karnevalfan aber ich gönne mir das heute einfach mal weil ich es kann ja das muss man mal so sagen sonst weiß ich auch nicht warum ähm ja oh man die ganzen Hunde ne Wölfe sind das ja oh man so vielleicht das nehmen nehmen sie nicht na hallo geht dir gut na ne ach ich fand die Fledermäuser wirklich eine nicht so schöne naja Affindung ich bin jetzt hier so ein Fan von denen ich sag mir jetzt auch nicht ja das sehe ich genau und sag mir jetzt auch nicht ähm äh wäre echt schade wenn die nicht da wären ich bin jetzt nicht einer der sie vermissen wird ne oder oh leute macht das auf hörst du dir langsam echt sucht das ist ja echt ne 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 da ist sie hier das ist auch noch ein slot nein 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 ich hab auch noch ein slot frei schönerweise aber man, der ist aber so ruckzuck ruckzuck voll oh leute, 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 leute ich bin gar nicht fest, wie fühlen wir das schon oh nein Nein! Da geht's ja auch so geil weiter, hier. Da ist so... Ey, nee, oder? Oh, Mann! Ich mach dir gleich einen Freudesprung. In Zehnfachen. Mit Salto. Was muss dran kommen? Das muss man auch nicht glauben. Weil, nee, die Leitern, auf die kann man verzichten. Das braucht irgendwie wieder. Ich muss mir jetzt schon die Augen verbinden, um hier... Nee, oder? Stimmt, es gibt ja noch so viel mehr, was hier... ...hier aus. Die Tür brauchen wir auch nicht mehr. Nur um das klarzustellen. Oh, Leute! Wir sind ja fast schon die ganze Aufnahme hier dran, die Sachen abzubauen. So viele sind das. Oh, nee! Das gibt's doch nicht. Ich hab' gar nicht, wie viel da noch kommt. Meine ersten Fahrt. Also, das ist, weil ich euch austicke. Ich hab' immer noch eine große Freude. Wenn ich gleich noch was Krankenhaus eingeliefert. Weil ich mich beim... ...dreifachen Salto wegen eines Folgesprungs verletzt habe. Aber diese Stelle müssen wir uns echt merken. Da ist doch wirklich so viel rauszuholen. Ich guck' jetzt gar nicht mehr nachher. Wenn ich sowas zähle, dann muss ich das ja direkt mitnehmen. Äh, wo ging's denn jetzt nach Hause? Warte, das muss ich aber noch kurz mitnehmen. Das meine ich. Oh, Leute! Ich weiß gar nicht, wir heute noch nicht aufnahme nach Hause kommen. Wenn das so weitergeht, dann kann ich garantieren, nein. Das wird nichts mehr. Äh, ja, so. Weggucken, 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 weggucken. Nein, 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 nein. Ich will nach Hause. Weiß ja gar nicht, wie es euch jetzt dabei geht. Aber ich weiß, sobald ich das sehe, muss ich die direkt mitnehmen jetzt gerade. So, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Nein, nicht gucken, nicht um dich, um dich. Nein, 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 das hab ich nie sehen. Ich muss mit geringen Augen vorbei. Ihr seid zwei Dreier, wunderschön. So Lynd. Oh, Fonten. Du kannst doch nicht lassen. Ich kann's nicht lassen. Der Sinds agencies, die Bisseven Agg derm Bourgä Симult gezogen... Nee, das ist mein Hobby, mein gegens mercury Bon Alpha Social Mediastaw tr 원� cozy. ab zu saufen kommt mal her so danke doch nicht wahr auch übrigens um sie dann oder 23 online 390 prozent laut Ich hab's hier schon kurz in die Mitte. Au, 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 au. Ich weiß nicht, dass hier der Ass gleich hochkommt.